Ja, hallo ihr Lieben und ganz ganz herzlich Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Wir haben da, ich glaube Halloween aufgehört. Das haben wir zum letzten Mal Halloween im Stream gespielt und wir sind nicht fertig geworden. Wir sind bei Captain Hooking geblieben, wir sollten allerdings fast am Ende sein und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Spiel nicht mehr zu streamen, zumindest nicht den Teil, sondern es aufzunehmen. Einerseits, weil die Lautstärke ein unglaubliches Problem während dem Stream bis jetzt noch mal war und damit ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen kann, wieder ins Spiel reinzukommen, weil wir haben das jetzt echt seit fast vier Monaten nicht mehr gespielt. Das ist schon eine ordentliche Zeit und deshalb denke ich, dass es ganz gut ist, wenn ich das jetzt so handhabe. Ich hoffe, der Ton ist auch in Ordnung. Ich habe es unglaublich weit runtergeschraubt. Und natürlich muss ich erst mal wieder gucken, wo wir überhaupt weitermachen müssen. Weiß, wir müssen zu Captain Hook. Das Spiel muss ich auch erst mal wieder reinkommen. So. Gucken wir mal, ob der Merlin noch etwas zu sagen hat. Du machst Fortschritte. Hier ist etwas für deine Bemühungen. Okay. Dankeschön. Danke. Oh, und die kleine Vieh. Hast du auch was zu sagen? Ah ja, ich hatte ja Gems. Genau. Wer ist denn da drin? Dumbo? Oh. Das ist ja süß. Hier, da kann ich gleich nochmal üben, wie man überhaupt kämpft. Das habe ich wahrscheinlich schon wieder komplett verlernt. Kingdom Hearts ist warum auch immer für mich ein Spiel, wo ich echt nicht weiß, wie man es vernünftig spielt. Ich weiß nicht warum. Weil so kompliziert ist das nicht. Oh. Und es gibt genug Leute, die ich gefragt habe, die sagen, es ist so ein lineares Spiel, wie kannst du denn da nie wissen, wo du hin musst? Auf der anderen Seite, ich bin total aufgeschmissen echt in dem Game. Ich brauchte da ja immer relativ viel Unterstützung von eurer Seite. Obwohl, sollen wir hier mal nachgucken. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwie einen schönen Kampf, den wir hier kämpfen dürfen. Fände ich zum Üben auf jeden Fall jetzt erstmal besser. Das Weiße können wir noch nicht benutzen. Oh, da steht der Herkules. Ich würde mich freuen, gegen dich zu kämpfen. Ja, super. Räbe können wir auch nicht. Du kennst die Regeln. Pegasus Cup, Full Cup. Die haben wir, glaube ich, beide schon gemacht. Beide schon gemacht? Okay. Wahrscheinlich gibt es mir wieder Bescheid, wenn es da wieder was Neues gibt. Dann wollen wir doch mal nach Neverland zu Peter Pan und dem lieben Captain Hook. Den hatte ich ja nicht besiegen können im Stream, weil wir jetzt auch nicht mehr unglaublich viel Zeit hatten, meine ich. Und ich mich dann lieber dazu entschieden habe, nach Halloweentown zu gehen, weil das war ja der Hintergrund des Halloween-Streams, dass wir nach Halloweentown gehen. Ich habe Kevin. Gehen wir zum Kevin? Ich glaube, das war nämlich näher an Captain Hook dran. Nein, das ist nicht. Das ist genau das, was nicht näher an Captain Hook dran ist. Zumindest muss ich nicht nochmal... Zumindest muss ich nicht nochmal dahin fliegen. Okay, es ist nichts davon. Ist nah an Captain Hook dran. Ah, muss ich den jetzt nochmal wieder finden, oder was? Ah, doch, komm, wir können fliegen. Wie auch immer ich das jetzt gerade gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Okay, ich glaube, das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Auf jeden Fall ist dem Besieg nicht mehr so laut. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Oh. Goofy? Ah, der Goofy fliegt auch. Okay, lass mich überlegen. Wir mussten in diese Kajüte. Aber wo war die? Nein! Muss ich die jetzt erst absuchen. Okay. Okay. Also, geh hoch. Hallo. Die Leiter rauf, bitte. Dein Ernst? Okay, das bringen wir jetzt auch nicht sehr viel. Ich weiß, dass ich mich hier letztens schon unglaublich verirrt hatte. Ich hatte aber ganz vergessen, warum. Jetzt weiß ich wieder, wieso. Ganz nah dran. Ich weiß es aber, um ehrlich zu sein, nicht mehr so genau. Oder doch, das war, glaube ich, hier hoch, ne? Wenn Goofy und Donald da hochgehen, dann muss das stimmen. Ja, hallo? Die fliegen einfach hoch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ach, bringt gar nichts. Okay, wir gehen jetzt. Ich glaube, da war nämlich der Captain Hook. Hier in dem Teil. Ich heim mich mal selber. Egoistisch, wie wir sind. Wollen wir nicht irgendwie blocken oder so? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Okay. Ach, guck mal. Was hier steht. Oh. Vergiss, dass ihr nicht aufgeht. Sehr schön. Goofy hat irgendwas zu sagen, aber irgendwie... Macht der nix. Was ist denn, Goofy? Keine Ahnung. Hallo? Sora, jetzt geht doch bitte runter. Ich glaube, der Donald kämpft nämlich da unten noch. Ach, ach ja. Ist natürlich super, nach so langer Zeit, ohne dieses Game zu spielen, direkt in den Bosskampf zu starten. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das heute irgendwie hinbekomme. Dass auch nur Pferde im Game gegenüber ist, endlich fertig zu bringen. Weil es ist ein schönes Spiel. Ich komme mir irgendwie nicht damit klar. Kann daran liegen, dass es irgendwie für mich nicht gut gealtert ist. Ich habe es halt nicht früher gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich ein Kingdom Hearts Teil spiele oder gespielt habe. Weil man natürlich vielleicht dann noch drin hat, wie das früher funktioniert, dass man das vielleicht noch gut hinbekommt. Aber... Schlecht überfragt ein bisschen. So. Der Donald hat... Oh, der Goofy ist fast tot. Wenn die nämlich alle spawnen... Eigentlich ist doch der Captain Hook dann da. Aber währenddessen, oder? Wenn er im Kopf hat, dass wenn diese komischen Schiffe spawnen... Dass auch der Captain Hook kommt. Oh. Das Schiff hier. Das pinke Schiffchen. Schießt auf mich. Warte mal. Bleib stehen. Nein. Du bleibst stehen. Hallo. Hoa. Ah. Der rammt nicht sogar. Ist ja krass drauf. Das war ganz schnell weg. Wir konnten noch irgendwas anvisieren. Womit ging das nochmal? So? Nee. Noch nicht richtig. Jetzt kommt er. Der Captain. Der mag den Peter nämlich nicht. Der Peter ist aber auch frech. Lüge. Lüge. Es kann wohl sein, dass das Spiel für euch jetzt zu leise ist, aber ich habe es extra leiser gemacht, weil sonst ist es immer zu laut gewesen. Hier zu laut. Okay, wir müssen die Schiffe auf jeden Fall ausschalten. Okay, wir müssen die Schiffe auf jeden Fall ausschalten. Au. Es ist auch keine Lust, den ganzen Tag noch damit zu verbringen, diese Schiffe kaputt zu machen. Okay. 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 Oh Gott, die sind beide schon wieder so gut wie tot. Die haben gerade alles für mich eingesteckt. So, wenn wir unentwegt draufhauen, darf ich eigentlich keine Chance haben. Komm schon! Scheiße, Donald ist tot. Donald! Du bist doch auch ein Methiler, du musst helfen. Ja, er ist tot! Uh! Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Das geht's am Ende relativ flott, aber ich habe mich wohl echt nicht getraut. Ah, bisschen Wasser bei den Kroko. Okay, wir haben einen neuen Spruch gelernt. Aber wieso guckt's so traurig, Sora? Oh, Kairi konnte nicht wundern. So, vielleicht hat sie wirklich verloren. Shh! So, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Bestimmt das Schlüssellach. Okay. Okay, wir müssen sie noch finden und eigentlich müssen wir König Miki auch noch finden, ne? Darf ja nicht in Vergessenheit geraten. Der ist ja auch noch weg. So, wo soll denn hier was sein? Die Uhr steht sowieso irgendwie falsch. Die stehen alle auf Mitternacht. Bis auf die eine. Heißt, wir müssen da helfen, oder was? Der Zeug, aber das stimmt nicht so ganz. Na komm. Jetzt ist auch da Mitternacht. So, ich bin 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 da mitternacht. Vielen Dank.